... und der Partner SK aus Fillingendorf, die Paradedecke für sieben gefährt von den SK Scheidekundstofflösungen hier aus Fillingendorf. Und wir freuen uns zum Auftakt auf ein Starterpark vom Ralfheim-Hüttenthal. Das sind siebenjährige Valido aus der Zucht der Familie Meindl von St. Trimus mal Valido als Abschall mit Elisabeth Mayer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020